Hallo und herzlich willkommen zu euren Tornado's Dream. Heute zu einem weiteren Let's Play. Und zwar spielen wir heute wieder Defense Grid The Awakening. Wie versprochen spielen wir heute Level 3 und 4 und wir werden uns mal einfach wieder wie gewohnt reintümmeln in die Aktion. Ich erinnere mich an diesen Ort. Das ist die Forschungsstation, wo du geboren wurdest? Na okay. Ja dann wollen wir uns mal umschauen. Zumindest ist von mir mehr übrig als von den meisten anderen meines Alters. Nun denn, Sie müssen noch einige neue Tricks lernen. Wir können jetzt die Türme upgraden, die wir bauen. Mehr Feuerkraft, Reichweite, solche Dinge. Sie kriegen das schon hin. Ja klar. Also wir checken erstmal wieder die Lage. Also die Aliens kommen von hier. Wurschteln sich hier lang. Hier sieht man schon die ganzen Stellen, wo ich dann nachher die Türme aufstellen kann. Alles klar, hier geht es dann um die Ecke. Hier oben lang und dann hier lang. Alles klar. Also im Prinzip laufen nur links, 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 links und dann holen sie sich die Energiekerne. So, jetzt überlegen wir erstmal. Wie machen wir das am besten? Also 451 Ressourcen haben wir. Ich würde sagen, Lasertürme. Okay. Lasertürme. Verursacht Hitze Schaden. Alles klar. Also bauen wir doch einfach meine hin. Umkommen schon die ersten. Also grün bedeutet immer schwach, orange halt etwas stärker und rot volle Pulle. So, was haben wir da am oberen Bildschirmrand? Werden taktische Aufklärungsinformationen? Ah, es geht immer zu schnell. Der Laserturm heizt die Aliens auf und steckt sie in Brand. Das Feuer fügt dem Ziel Schaden zu, bis es wieder erkühlt. Also das bedeutet quasi, der knallt hier einfach ein Hitzestrahl auf die Aliens. Ja, und die brennen halt noch eine Weile nach. Also quasi, wenn sie hier erwischt werden, dann erlöschen sie quasi hier. Das zieht aber die ganze Zeit, wo die halt brennen, einfach Schaden. Gucken wir mal darüber, was da wieder passiert ist. Ah, da kommen schon die ersten Schergen. Oh, nicht verschlafen. Wir machen mal hier gleich noch einen hin. Laserturm. Immer schön auf der Hut sein. So, okay. Was haben wir hier? Walker haben wir hier. Läufer. Das geht ja recht fix, wa? Okay, 100. Dann setzen wir mal hier einen Laser hin, wenn wir ihn kriegen. Na komm. Also wie gewohnt werde ich versuchen, natürlich jetzt nicht in den ersten paar Angriffswellen, die Gegner gleich mit den Kernen zurückwandern zu lassen. Deswegen werde ich so ein bisschen hier nach hinten ausweichen mit den ganzen Bauaktionen. In der Hoffnung, dass quasi dieses Rausschleppen nicht passiert. Ach nee, wirklich? Ist ja klar. Klar wollen die die stehlen. Naja. Vielleicht sollte ich doch ein paar Gefechtstürme aufbauen. Naja, egal. Erstmal nochmal ein Laserturm. Rind? Na okay, die nehmen wir jetzt dann ab sofort Rindviecher. Rind. Alles klar. Schauen wir mal weiter. Bis jetzt haben wir ja noch recht. Den Überblick. Angriffswelle 2. Dann wollen wir mal wieder aufräumen. Der Ventilator-Wahn. Sorry. Hier ist auch echt sauheiß dran. Erstmal was trinken. noch. Oh. Also. Wenn ich mal gucke. 29,3 Grad. Ich glaube. Schauen wir nicht, dass ich hier was verpenne. Also. Wenn ich euch das so reinhalte, das bringt euch nichts. Das ist gespiegelt. Weil auch das. Die Webcam ist gespiegelt. Also echt heiß in der Hütte. So heiß wie da unten wahrscheinlich. Also egal. Komm. Wir haben genug. Nee, das ist wahrscheinlich. Ich mach gleich ein Upgrade. Ach, das geht noch gar nicht. Erst ab 400. Das ist Blödsinn. Nehmen wir den hier, den Laserturm hin. Hier unten nützt er nämlich gar nichts mehr. Wir müssen ja hier die. Wir müssen sie ja hier aufhalten. Noch so ein Rindvieh. Rind. Rind. Ey, was ist der Unterschied zwischen dem Rind? Ach, das sind alle drin, Viecher. Okay. Okay. Laser. Wenn sie den Weg des Feindes durch Türme beeinflussen können, dann tun sie es. Äh. Okay. Also das würde ja nur hier gehen. Also. Wenn ich jetzt hier und da einen aufstelle, sind die quasi gezwungen, um die Türme herumzugehen. Wir machen das doch jetzt gleich. Nehmen wir halt ein... ...ein Laser. Und ein... Ne, haben wir keine Kohle für Scheiße. Okay. Komm, 100 brauchen wir. Mist. So, und jetzt schnell aufstellen. Schützturm. Das müssten sie ja. Ja, genauso wie ich dachte. Also sie laufen dann quasi hier lang. Das wäre eine 4. Bis jetzt haben wir noch alle Kerne drinne. Kein Verlust. Werde aber jetzt... Warte ich jetzt oder baue ich noch? Warte ich auf die 400 Ressourcen, um den abzugraden? Weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, ich habe jetzt hier keine besondere Taktik. Ich fahre jetzt einfach die Taktik... Ich versuche jetzt einfach nur zu verhindern, dass die die so weit wie möglich hier runter tragen. Das heißt also quasi, ich werde es immer nur bekämpfen dort, wo die Aliens sich aufhalten. Also quasi hier. Das heißt also quasi hier in dem Fall noch Laser hin. Kriegen ja schon eingeheizt. Hier laufen sie wieder den Umweg. So. Die Rindviecher laufen. Wie viele Viecher haben wir? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Rindviecher hier noch. So, und jetzt halt. Habe ich den hier und jetzt halt. Okay, das war gar nicht so schwer. So, aber in dem Fall... Kriegen die, wenn die hier ankommen, eine Rübe. Deswegen tue ich hier upgraden. Hier kommen sie, die ganzen Knechte. Sie sind siegessicher. Aber sie wissen halt nicht, dass sie hier ein upgradeter Turm erwartet. Okay. Ganz entspannt spiele ich das Spiel so vor mir hin. Ist halt ein Power-Defense-Spiel-Strategie-Spiel. Tower für Turm und Defense-Verteidigung. Hier geht es aber auch zur Sache. Da gehe ich jetzt... Drücken sie die linke Maustaste und wählen sie anschließend Upgrade, um den Turm zu verbessern. Grüne... Ja. Geht zu schnell weg, ey. Muss ich da irgendwas drücken? Irgendwie eine Taste? Wenn ihr die Taste kennt, schreibt es mir mal in die Kommentare. Das geht voll schnell weg, ey. Nehmen wir diese Dialogfelder. Ich kann doch nicht lesen. Mann, ey. Okay. Das jetzt spielt keine Rolle. Weiter. Wir haben auch gar keine Wahl. Wir müssen weitermachen. Können ja nicht unser ganzes Leben irgendwelche Jungfrauen vor heranbrausenden Zügen retten? So sage ich das immer mal wieder gerne. Vor heranbrausenden Zügen vor allen Dingen. Zusammenreißen. Komm, Upgrade. 400. Wie lohnt es sich noch? Mann, die Nasio. Ach. Na wieso? Oben sind doch alle grün. Ist doch gar nicht so schlimm. Mein Bordcomputer macht hier immer voll die Panik. Schönen Vergewissern. So, hier oben sind wir schon etwas stärker. Jetzt werde ich den hier upgraden. Hier oben passiert nicht viel. Upgraden. Jetzt warnt sich da oben Werdan. Halten Sie F gedrückt, um das Spieltempo zu beschleunigen. Ja, das weiß ich schon nichts. Danke sehr. Es kommt etwas Neues. Ist schon in der Datenbank gespeichert. Gepanzerter Boss, okay. Komm, ich warte auf die 400. Den hier, den hier. Jetzt den. Upgrade. Crasher. Der Crasher kann also drei Kerne schleppen. Wir müssen konzentriert bleiben. Dann schaffen wir es. Boss Alien. Langsam, aber sehr robust. Okay. Zurückschafft er doch keinen Fall. Naja. Stopf dir die Taschen voll. Soll er mal machen. Eins. Was haben wir hier? Wieder Rindviecher. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Rindviecher auf Einschlag. So. Jo. Bisschen beschleunigen. Das Ganze wieder. Okay, 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 okay. Upgraden. Erledigen Sie, ihr Mistkerle. Ah, das war nicht so gut. Jetzt habe ich hier, jetzt hat man eindeutig gesehen, der Turm halt, der geht dann beim Upgraden halt runter. Der ist halt für eine geraume Zeit, so vor, ich denke mal, 15 Sekunden ist der nicht einsatzbereit. Bis der runtergefahren ist, sich geupgradet hat und wieder hochgekommen ist. Sind bestimmt gut und gerne mal 15 Sekunden fallen. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, aber jetzt sind schon ein paar Sekunden. Okay, bis jetzt sind alle Kerne drin. Ach komm, gereden wir den hier abmal. Zeigt es dem, wie es dann. Zeigt es dem, wie es dann. Kennt keine Gnade. Macht sie fertig. So, jetzt sind die oben beschäftigt und wir graden mal den Turm ab. Oh. Dann setzen wir hier mal, das passt hier in den Inferno. Gut, warum ich das nicht früher gemacht habe. Abbringen. Oh, oh, oh. Hier kommen sie raus. Jetzt müssen wir ein bisschen mal... Also bis jetzt läuft es gut, also. Richtig gut. Erstaunt. Erstaunlich. Also ich bin erstaunt und es ist auch erstaunlich. Weil irgendwie läuft es gerade richtig. Okay, okay, okay. Hier ein Upgrade. Los, bewegt euch. Ihr Swammer. Swammer. Swarmer. Aliens. Letzte Angriffswelle. Aber ich kann jetzt schon sagen, das Ding haben wir geschaukelt. Laser. Laser. Ach, keine Kohle dafür. Ja, aber die... Ach, die zwei, die schrotten war. Crasher. Crasher. Na komm hier, Zeitraffer. Niemand hat gesagt, dass es nicht vor Teufel schwer wird. Das passt doch alles. Läuft doch wie am Schnürchen. Hier, da kriegt er ein bisschen Feuer auf den Arsch. Das schaffen die nicht. Ach, was haben wir denn hier? Noch zwei, so, ne? Ja, das ist aber schon ein gerützter Ding. Da kann ich mich jetzt ganz gediegen hier... Hier schön hin, mal ein Laser. Laser. Jetzt gleich sogar noch ein... Ja, was ist denn das hier? Hey. Ich sehe das noch nicht fertig. Ach so. Doppelklick und dann... Tut er sie upgraden. Also Schnellfunktion, wenn man einfach Doppelklick drauf macht. Wenn man genug Kohle hat, einfach Doppelklick, dann upgrade der. Okay. Leute, das ist der Letzter? Der Geschützturm hat sie erledigt. So, komm. Kölner hat überlebt, um die Geschichte zu überliefern. Gut gemacht. Besser geht das kaum. Besser geht's nicht. Also das war ja schon mal ganz gut. War zwar ein bisschen unspektakulär, aber... Wir machen einfach weiter. Fortfahren? So, Level 4. Der lange Abstieg. Rein. Komm. Gleich starten. Ah, der Verwaltungskomplex. Sah schon einmal... Besser aus. Der Verwaltungskomplex. Da haben wir zu glauben. Aber hier gab es früher ein wunderschönes Fleckchen Natur. Kühl, grün. Himbeersträucher zwischen den Bäumen. Himbeersträucher? Hier befinden sich wichtige Ressourcen. Ich müsste einen neuen Turm aktivieren können, der uns etwas Zeit verschafft. Wir werden sie brauchen. Sie haben noch keine Ahnung von ihren wahren Fähigkeiten. Also, wenn ich manchmal diesen Robot da, also diesen Bot da quatschen höre, habe ich mal... Also habe ich echt langsam so den Verdacht, der wurde mehr programmiert, so für gefühlsgedönst. Der redet ja so wirre Zeug, so wie Erdbeeren und hier und da. Na ja, okay. Gucken wir mal. Also wieder wie gewohnt. Hier starten sie. Die Kurve. Hier rum. Äh, ja. Oh, neu. Temporal. Okay, Verzerrungsfeld. Verlangsamt deine Feinde stark. Ach so, so ein Ding, so ein Stase-Teil. Also Stase, was einen so ein bisschen langsamer machen lässt. Ja, aber wie fangen wir denn jetzt am besten? Ja, Inferno. Hier ein Geschützturm, würde ich jetzt so sagen mal. Zur Begrüßung. Und hier gleich... Ach siehste, können wir ja gar nicht. Das ist ja richtig lustig. Siehste, so fängt es nämlich an. Dann wollen wir... Nee, machen wir das so. Ja, Geschützt. Ja, jetzt sollen sie kommen. Na kommt, ich bin vorbereitet. Der Temporale Turm verlangsamt alle Aliens in seiner Reichweite. Er ist am effektivsten, wenn es unterstützende Türme in der Leer gibt. Also das heißt, der friert die ein und wenn dann da Laserkanonen sind, dann haben die keine Chance. Dann werden die gebraten wie Grillhühnchens. Na los, es kommt. Dann bauen wir auch gleich so ein Ding. Gleich hier hin. Wie viel brauchen wir für diesen blöden Temporal? 300. Türme, die hinter anderen Türmen platziert sind, platziert werden, haben eine begrenzte... Ja, Mann. Ach, ich lese es gar nicht mehr vor. Ich habe gar keinen Bock mehr. Das geht viel zu schnell. Also wenn man es so leise für sich liest, geht es. Aber wenn man es vorlesen muss... Jetzt kommen. Okay, okay, okay. Boah, ist jetzt hier warm drin. Sag euch hier, ich fühle mich so wie die Aliens. Die werden gebraten und ich werde hier in dieser Kammer gebraten. In meinen kleinen Raum. Ich werde hier demnächst auch mal irgendwas einbauen. Hier muss irgendwie Abhilfe. Das ist zu warm. Ich habe ja jetzt schon wieder hier 28,5 Grad. Wieder die Rindviecher. Was ist denn das? Ach ja, also alles klar. Hier haben wir die Racer. Das sind natürlich die schnellen. Die schnelle Einsatztruppe. Ja klar, jetzt verstehe ich auch, warum wir hier diese Türme brauchen. Diese Temporal-Türme. Und hier ein Laserturm hin. Dann wollen wir hier noch einen Gefechtsturm hin. Geschütztsturm. Sag immer Gefechtsturm. Das gefällt mir nicht. Die schleppen diese Kerne schon zu weit zum Ziel. Die Datenbank wurde um Alien-Informationen erweitert. Racer bewegen sich sehr schnell. Aha. Das sind also die, die wir hier gerade hatten. Na komm, hier. Schützturm. Gegen uns beide haben sie keine Chance. Komm hier. Mal ein Temporal. Also das ist eigentlich, denke ich, mal ein ganz guter Mittelkompromiss. Hier ist hier eine. Und hier. Also werden die dann halt quasi, komm hier hin. Wenn hier langsam. Dann werden sie hier wieder ein bisschen schneller. Und hier kriegen sie wieder eine rein. Also habe ich genug Zeit, um die zu braten. Dann wollen wir mal wieder aufräumen. Ich will gerade nur... Geschützturm. Hier Geschützturm. Wir müssen versuchen, sie abzuhalten. Eine andere Wahl haben wir nicht. Meine Damen und Herren. Okay. Jetzt nehmen wir... Machen wir ein Upgrade. Können wir? Upgrade. Oh, 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 oh. Oh, oh, da werden schon welche rausgetragen. Nein. Da oben kommen schon wieder welche. Upgraden. Upgraden. Den Schützturm. Ich überlege gerade. Schützturm Upgrade. Lasst sie brennen. Siebte Angriffswelle kommt jetzt. Wir kommen hier definitiv an unsere Grenzen. Mhm. Ich merke das schon. Aber solange die Kerne bei uns bleiben, ist es uns einfach scheißegal. Mal. Also. Jetzt ist der wirklich echt die Kackaffen, wa? Also wir können von Glück reden, dass die Saubernde nicht zurückschießt. Also, stellt euch mal vor, die würden noch zurückschießen, also unsere Türme noch kaputt machen. Laserturm. Und aber gleichzeitig im selben Anzug upgraden. Denn der haut dann nämlich hier auch, wenn die hier kommen, hier oben ein bisschen drauf, auf die Wanne. Oh, jetzt kommt ein Starker. Bestimmt wieder so ein Crusher, oder wie das Ding heißt. Ja. 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 Laser. Den müssen wir im Auge behalten. Los. Mach denen die Hucke heiß. So, so. Verlegen wir mal. Das ist gut. Hier würde ich den kurz warten. Dann tun wir mal upgraden. Upgraden. Hier ist Zielgenauigkeit gefragt. Wir schaffen das. Upgraden. Die ganze Elite steht hier vorne. Und jetzt sollen sie mal kommen. Jetzt sollt ihr mal. Jetzt kommt mal. So. 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 Jetzt wäre aber mal interessant, wie lange braucht denn so ein Turm, um abzugraden. Ja, wir machen das mal gleich hier an den. Ne. Ne. Hier bauen wir erstmal nochmal so ein... Lasern. Und jetzt. Und jetzt. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Zehn. Elf. Also ungefähr zehn Sekunden dauert das, wenn man das upgradet, so ein Turm. Circa zehn... äh, circa zehn Sekunden dauert das. Upgraden. Und jetzt. So. Swarmer wieder. Schwärme nenne ich die einfach. Die Rind sind die Rindviecher und die Swarmer sind die Schwärme. Kommt her. Bewegt euch. Ich sag euch, hier ist nichts los. Ah, jetzt kommen die großen wieder, die Crasher. Falls ihr jetzt Bock habt auf das Spiel, ich hab auch noch halt, wie gesagt, Level eins und zwei schon hochgeladen. Guckt einfach in meiner... äh, in meinen YouTube-Channel rein, da seht ihr das dann schon. Defense Grid, The Awakening, Level eins und zwei. Da könnt ihr euch dann das erste und das zweite Level geben, wenn ihr Bock habt. So, jetzt die letzten Angriffsfälle. Ich mein... Ey, was geht hier los? Warum hatten wir so gesprungen? Ich mein, da ist nicht mehr viel los mit denen. Oh, die sind aber schon recht stark hier. Da machen wir nochmal einen Laser und den gleich upgraden. Wir haben ja genug Kohle, ist ja nun jetzt auch Jacke. Äh, upgraden. Hier nochmal einen Laser hin. Yo, läuft doch. Schaffen die nicht, die sind fertig. Ich denke, das Ding haben wir auch geritzt. Also bis jetzt läuft es wirklich vorbildlich. Ich mein, ich hab mir vorher die Level kurz angeguckt, aber ich hab's nicht ernsthaft gespielt. Aber wir sind ja auch... Das ist ja auch der dritte Level. Ich meine... Ist ja noch leicht. Äh, nicht wirklich anspruchsvoll. Ja, frei von Arschlöchern vor allen Dingen. Und die Aliens sind definitiv welche. Denn die wollen unsere wertvollen Ressourcen klauen. Das lassen wir nicht zu. Da kommen sie rein. Eins, zwei, drei. Erstklassig. Danke. Das war erstklassig. Habt ihr gehört? Weiter, fortfahren. Erfolgreichste Strategie. Wir müssen unsere Taktik ändern. So. Jetzt Level 5 nochmal. Wir versuchen es nochmal. Also das hat gerade ja überhaupt nicht hingehauen. Also irgendwie... Ich hatte versucht so mehrere strategische Punkte zu machen. Verteilt auf der Karte. Aber das hat überhaupt nicht geklappt. Also... Neustart. Sehr gut. Okay, nochmal neu. Ich muss mich jetzt mal wieder aufbauen. Sie haben die meisten Kerne schon gestohlen. Wir müssen sie zurückerobern und die Basis in Betrieb nehmen. Das wird eine haarige Angelegenheit. Das war richtig. Wir haben keine Zeit zu vergeuden. Ja, ja. Also ich muss mich jetzt gerade mal erstmal wieder aufrappeln. Die Niederlage hat mir ganz schön... Daran habe ich ganz schön zu knabbern gerade gehabt, weil das war irgendwie so richtig blöde. Also nochmal von vorne. Also. Die haben beim Ausrauben einen Fehler gemacht. Die wollten starten, sind wieder abgestürzt. Wo sind sie hingekracht? Natürlich bei uns in die Basis. Und jetzt versuchen die natürlich unsere gestohlenen Energiekerne, die wir zurückgewinnen müssen, hier wieder durchzutransportieren. Diesmal lasse ich mir aber nicht die Butter vom Brot nehmen. Ich mache das jetzt wie im anderen Level. Also ich werde jetzt... Nee. Ich mache... Ja. Wie mache ich das jetzt am besten? Also. Ja, ich baue geschützt. Töme einfach. Hier einen hin. Da einen hin. Da einen hin. Und da einen hin. Gleich hier im Eingangsbereich bekämpfen. Nicht hier erst hier tief eindringen lassen, wie gerade eben. Und die Idee hier mit den, äh... Mit den Meteoror hier in die Mitte, das war auch total bekloppt. Das hat mir ja nichts gebracht. Also. Aber egal. Es gibt 100 Wege, die nach oben führen. Und wir probieren jetzt halt noch einen anderen aus. Na, gucken wir mal weiter. Da oben wieder. Die Meldung. Der Meteor-Turm schießt einen Feuerball ab. Der beim Aufprall explodiert. Also das heißt, der ist hier und der hat einen... Hier, den Radius. Schaut mal hier, wie groß der Radius ist. Das deckt die ganze Map ab, fast. In einigen Levels gibt es separat Ein- und Ausgänge. Der jetzt. Okay. Ist auch Jacke. Kommt. Kommt her! Ich brauche wieder gute Laune. Ich bin auch demoralisiert. Schießt sie tot einfach nur. Diese blöden Viecher. Nein, Inferno bringt hier an der Stelle nicht viel, wa? Hier aber. Ich brauche so ein Temporal hier. Da kommt etwas Neues. So eine Stase. Der Mistkerl ist in der Datenbank abgelegt. Was haben wir denn hier? Bulwark. So, jetzt hier würde ich gleich... Ich mache das jetzt anders. Ich werde die gleich upgraden. Gar nicht so lange warten. Das war nämlich mein Fehler vorhin. Ich habe gedacht, Masse ist klasse, aber... Masse ist nicht gleich klasse. Man muss doch effizient... ...seine Turme bauen. Egal. Oh! Gleich so heftig. Nicht trütteln. Upgraden. Ich dachte jetzt schon, die ziehen durch. Komm, wir schützt um hier. Bis jetzt geht das aber auf, oder? Ja. Ja, jetzt kriege ich wieder gute Laune langsam. Ähm. Ne. Geht hier ein Geschützturm? Ach, scheiße. Das ist genau die Grenze. Ja, nehmen wir so ein Metron. Sollen sie doch von hier in den Napalm auf dem Felz brennen. Genau. Spuck Feuer. Los, lass sie brennen. Peng. Genau so muss es sein. Ich glaube, das ist jetzt doch die bessere Taktik. Also, mein Gefühl sagt mir, das ist jetzt viel besser. Upgraden. Kommt. Ernichten Sie sie und holen Sie die Kerne zurück. Ich habe da noch am Rande mal so eine kleine Information, was ich noch raushauen wollte, weil es mir gerade so einfällt. Das Spiel ist ja von 2008, aber im Juni 2010 gab es noch ein DLC, was acht weitere Karten umfasste. Mal sehen, also wenn wir hier durch den Spiel durch sind, mal sehen, ob wir irgendwo so ein DLC auftreiben können. Aber wir müssen erstmal bis zum Ende kommen und es ist noch ein langer, weiter steiniger Weg. Und bis dahin müssen wir noch einige Alienshorden umlegen. Einige Rindviecher, einige Runner, einige Swapper. Ach, und wie die ganzen anderen Penner noch heißen. Ja. Upgraden. Also, machen wir hier gleich Gefechtsturm, Gefechtsturm. War keine Kohle mehr. Pleite. Angriffswelle 7 haben wir geschafft. Ich weiß nicht, ich habe es mit der 7. 7 ist vielleicht meine Glückszahl. In den vorigen Videos habe ich es, glaube ich, auch bei Video 7 gemacht. Aber läuft ganz gut. Die kommen ja bis jetzt nicht mal über die erste Linie. Upgraden. Sie können jetzt gelbe Türme zu roten Türmen upgraden. Rote Türme sind sehr viel leistungsfähiger, aber auch sehr teuer. Wir haben einen unserer gelben Türme geholt. Machen wir doch. Darauf habe ich vorher gar nicht geachtet. Ja, weil ich gar nicht so weit kam, weil ich zu viele grüne Türme gebaut habe und viel zu sehr damit beschäftigt war, mich auf diese Massenverteidigung hier zu konzentrieren. Okay. Hier kommt noch so ein Meteor an. Machen wir einfach. Los, spuckt sie voll mit Feuer. Wir kommen uns nicht. Und jetzt wieder diese Racer. Erledigen Sie die Mist, Kerle. Upgrade, genau. Jetzt machen wir aus Gelb machen wir Rot. Das ist auch so eine, sag ich mal, ein Erkennungszeichen für die Stärke in diesem Spiel. Also Grün ist schwach, Gelb ist stärker und Rot ist so volle Möhre. Jetzt wird es wieder brenzlig. Jetzt kommen sie schon wieder in meine Deadline. Wir haben einen Kerl zurückgewollt. Nee. Jetzt brauchen wir aber auch noch nicht hier diese Stase. Warum man bis jetzt noch nicht erhöhen, weil schauen wir das noch alle abzugrehen. Das wäre geil. Nehmen wir doch den hier. Der Meteor. Gunst der Stunde nutzen. Die Ruhe vor den Sturm. Nochmal upgraden. Macht echt Laune. Jetzt kommt langsam meine Laune wieder. Na los. Ballert sie nieder. Jetzt kriegen wir den ab. Letzte Welle, das schaffen wir. Sind ja nur noch die zwei, wa? Oh, ob wir die schaffen. Ob wir die schaffen. Ob wir die schaffen. Oh, ja doch. Tatsache. Komm hier, upgraden. Bei den Geschützen haben wir sie erwischt. So. Wir haben einen unserer Kerl zurückgeholt. Okay, jetzt haben wir noch genug Punkte. Jetzt den noch abbringen. Ich glaube, wir sind endlich sicher. Wie? Ach so, das war die letzte Welle schon. Geil. Boah, die haben ja noch nicht mal eine halbe Chance gehabt. Ja. Mann, jetzt habe ich ja wieder Motivation. Egal, weiter. So, das war es jetzt an der Stelle. Ich muss leider aufhören, weil ich habe schon mal auf die Uhr geguckt. Das waren jetzt drei Level am Stück. Und das war auch recht lustig. Habe einmal verkackt und habe mich wieder aufrappeln müssen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und wir machen beim nächsten Mal weiter mit. Der Vulkan. Und Zutritt verboten. Und vielleicht sogar da noch noch. Brennpunkt. Okay, das war es an der Stelle. Ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Euer Tornado. Ciao. Ciao.